Norddeutscher Rundfunk 2021 Das ist eine Schwester. Er hat etwa drei. Also drei Zweier, würde ich sagen. Drei Minuten. Ich würde sagen sechs. Nein, das ist auch ein wenig. Ich sage mal 80. Ist das viel? Das ist ja der Knipser. Also, der. 64. Ja! Ja, ich sage mal 80. 48. Ah, schade. Das war eine Anstellung jetzt. Drei. Mehr. Kenne ich mehr. Puh! Die Alte ist recht schön. Also, ich glaube nicht, dass es viel geht. Ja, bei meinem Zirkus waren jetzt fünf oder sechs. Wenn man es... Ach. Ja. Hätte ich gesehen, acht. Okay. Zwölf, so. Ja, dann machen wir zwölf. Okay. Pizze. Ich hätte Pizze gesagt. Ja, das ist gut. Puh. Ich habe schon ein paar Mal gemacht mit Melli. Nein. 100... Minuten? Nein, Kilometer, oder? 70. Also. Nein. Sagen wir 80. Also 80. 70,95. Nein, das gibt es nicht. 120 Kilometer. Nein. 120. 70,95. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das machen wir noch etwas aus, ich bin mir total daneben. Danke, danke. Danke, danke.